Willkommen zu einer heutigeren Folge von Crash Bandico 2 mit Level komischerweise 31, Future Tense. Aus großen Kräften voll großen Gegenheiten. Das heißt für mich irgendwie, hier muss man alle seine gewonnenen Fähigkeiten nochmal einsetzen, oder? Gibt auf jeden Fall rotige Kisten hier. Ach, sehr gut, Schutzschritt gerübt hat man. Sehr gut zu wissen. Ne, das wird ja ein bisschen... Ich warte noch auf einen Checkpoint. Lass mich raten, es ist ein Level wieder... Ah! Nein, es ist ein Checkpoint. Okay... Das war nicht so gut. Ich bin einig, Herr Kisten. Drei Malte kochen, Sie sind frei. Bist du mich? Ich bin einig, das ist nicht möglich. Ich bin einig, dass es nicht so gut ist. Ich bin einig, das ist nicht nur einig, das ist nicht möglich. Aber sonst ist es nicht sicher, dass es nicht so gut ist. Ach, du Kacke. Nein. Ach, wieso mache ich das eigentlich so? Ich kann doch doch abschießen, wenn wir drüben sind. Ich bin ja in dem Lack, ey. 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 Ich bin ja in dem Lack. Ich bin ja in dem Lack. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin ja in dem Lack. 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 Shit. Dann gehst du nicht dazu verleben. Nein. Okay, jetzt hab ich hier endlich das Minus erwartet. Jetzt. Jetzt. Wie soll ich denn das hier kaputt kriegen? Aber wir kriegen eh nicht alle Kisten, also von der Warte. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich sehe die Kiste aber ich will es natürlich nicht daran gehen. Vielleicht... war der Schalter auch so ein Spiegelbild irgendwie. Ich muss im Prinzip irgendwie schon vorher springen, als würde das nicht sein. Oh, falsche Taste. Ich bin hier schlau... Also, da ist oben. Oben, 21 Strom. Oben, 21 Strom. Warte, Sprung. Kacke. 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 Niiiihihi. Kacke. Hm, wir haben nicht mehr so viel Leben. Ich weiß nicht wie lange das geht. Nicht, dass ich auch so eine Treffelstunde dransitze. Okay. Das gab jetzt nischt, nischt. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht, warum da was von 31 statt ist. Ach so, die Endbosse. Also 25, 26, 27, 28, 29, 30, alles klar. Dann haben wir tatsächlich alles jetzt gesehen. Trotzdem nur 51% geschafft. Krass. Okay, ist ja so. Könnte das hinhauen, einer. Dann sind das noch 28%, 29, 30. Ja, je nachdem wie die das sehen wir jetzt. Kisteile. Gut, das war das. Also die Crash Bandicoot Serie. In Teil 3 hatte ich tatsächlich wieder richtig viel Laune. Habe ich jetzt auch sehr schnell durchgesuchtet. Gut, dann sehen wir uns in dem anderen Let's Play wieder. Spitzwetter nämlich. Bis dann, hey.